Hello, 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 hello. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe mich in eine etwas entspanntere Position gegeben als sonst. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt wahrnimmt. Denn ich glaube, das wird heute wieder ein etwas längeres Video. Das letzte Q&A ging zwei Stunden und ich dachte am Anfang so, ja, sind ja nicht so viele Fragen, aber weil ich dann einfach immer so ausschweife, ist es schon klar, dass das jetzt auch wieder länger geht. Und ich habe die ganzen Fragen nicht auf meinem Handy. Ich werde die von oben nach unten, ja, abarbeiten, weil man das so nennen kann. Beantworten halt. Und ja, die Namen nicht nennen, weil ich mal wieder vergessen habe, zu fragen bzw. dazu zu schreiben bei dem Post, dass man mitteilen soll, ob man genannt werden will oder nicht. Und deswegen lasse ich es jetzt einfach lieber, falls sich da jemand mit unwohl fühlt und ich dann im Nachhinein irgendwas ändern müsste oder so. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich versuche ein paar Trigger dabei zu machen, aber ich bin so multitaskingfähig, dass ich glaube, dass das nichts wird. Mal sehen. Aber wir beginnen jetzt auch direkt mit einer sehr witzigen Frage, die wahrscheinlich direkt am Anfang gestellt wurde. Und zwar, freust du dich auf die Weihnachtszeit? Ich hatte mich sehr auf die Weihnachtszeit gefreut, aber es ist dann nichts von dem, was ich mir vorgenommen habe, eingetroffen. Also ich habe wieder krass dekoriert, klar, so den Weihnachtsbaum, aber unsere Wohnung sah jetzt nicht wirklich weihnachtlich aus und auch nicht mein Hintergrund. Ich wollte eigentlich backen, also Plätzchen habe ich auch nicht gemacht, weil irgendwie die Adventszeit dann so für mich doch irgendwie unangenehm war. Also es ist einfach sehr viel wieder passiert im Privaten und ja, es hat sich einfach so angefühlt, es würde wieder alles an mir vorbeirauschen und dann war auch schon Weihnachten. Aber ja, also ich weiß nicht, ich war einmal, nee, das konnte ich aber nicht genießen. Nee, die Weihnachtszeit war einfach wieder leider nicht so schön. Ich hoffe, dass es dieses Jahr anders wird. Doch, ich sorge dafür. Ich habe unter anderem in der Weihnachtszeit, also es war im vorletzten Tag, November, mein Studium abgebrochen, weil jetzt irgendwie kommt, wie läuft denn Studium mittlerweile? Das ist nämlich auch in der Weihnachtszeit passiert. Das hat den Grund, dass ich mein Studium von Anfang an eigentlich nicht wirklich konstant durchgezogen habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Lern-Schedule hatte und mich da immer aktiv hingesetzt. Weil, also ich habe ja im April angefangen und da hatte ich noch eine, wie viel Prozent waren das? Also ich weiß nicht, ich musste auf jeden Fall viermal, glaube ich, die Woche zu Aldi. Und weil mich das sowieso schon sehr fertig gemacht hatte, immer war ich so komplett nicht in der Mut, dann noch was für die Uni zu machen. Und so ging das dann die ersten zwei Monate, glaube ich. Dann bin ich immer, habe ich immer mehr reduziert bei Aldi und dann habe ich aber trotzdem immer nur so hier und da was gemacht, weil ich die meiste Zeit halt einfach dann für YouTube und TikToks und so gemacht habe, eingesetzt. Beziehungsweise dann habe ich auch mit TikTok aufgehört, also ich weiß nicht mehr genau den Ablauf. Also es war mir einfach nie so ein, also das Studium stand nie im Vordergrund, sag ich mal. Und auch wegen meiner Psyche, weil die da ja auch schon, es ging immer weiter abwärts. Ja, konnte ich einfach nie mich richtig fokussieren und konzentrieren und ja, ich weiß nicht, wie ich das am besten erkläre, ohne euch da tiefergehend das erläutere. Also deswegen einfach, ja, das Studium war für den jetzigen Zeitpunkt nicht mehr das Richtige. Und dann musste ich auch einfach, das glaube ich im, ich glaube es war im Juli oder so, da hatte ich erfahren, dass ich nicht mehr Therapeutin werden kann mit diesem Studium. Wegen der Reform, die da dann angebracht wurde und da hätte ich den kompletten Studiengang wechseln müssen, das hätte ich dann aber nicht mehr von hier aus machen können. Bloß ich hätte noch mehr zahlen müssen, ich habe ja 300 Euro im Monat. 300 Euro im Monat, ich spreche so undeutlich. Ja, dafür gezahlt immer und das hat dann nochmal mir einen zusätzlichen Dämpfer gegeben, dass ich so dachte, ich weiß eh nicht, was ich damit machen will. So, was ist das eigentlich hier gerade egal? Was machst du da? Genau. Und dann eben, so in der Weihnachtszeit wird mir dann sowieso alles zu viel und dann habe ich dazu auch noch Tschüss gesagt. Also, Studium läuft gar nicht mehr. Aber es freut mich sehr, du hast noch geschrieben, dass ich dir während des Abis geholfen habe mit meinem Content und das freut mich sehr zu hören. Ich hoffe, da ist alles gut mit dir verlaufen und du hast die Noten, die du dir erwünscht hast, erhalten. Ja, freut mich immer sehr, sowas zu hören. So, dann haben wir jetzt die nächste Frage. Welche positive und negative Eigenschaften positiv werden? Egal, die konntest du vom Einzelhandel mitnehmen, bezogen aufs Privatleben, Uni, etc. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich jetzt Eigenschaften, also ich verstehe die Frage, glaube ich, gar nicht so konkret richtig, weil, also ich weiß nicht, vielleicht jetzt irgendwelche Tätigkeiten oder so, dass die mir was beigebracht haben, aber so Eigenschaften. Oh mein Gott, direkt weil er zu den Fragen überfordert. Also ich kann vielleicht so aufdröseln, dass, ja, dass man jetzt, man hat ja im Einzelhandel sehr viel mit Kunden zu tun und braucht sehr viel Geduld und Verständnis, kann auch nicht immer seine eigene Meinung mit einbringen und muss dann einfach halt schweigen, sage ich mal. Und es hat mir halt dahingehend gezeigt, dass es manchmal vielleicht einfach mehr bringt, etwas, also dadurch, dass ich gezwungen war, alles eher mal ruhiger anzugehen und nicht direkt an die Decke zu fahren oder so, wenn was passiert. Und sich dann von was, wo man erst dachte, okay, das endet jetzt im Drama, dadurch, dass man aber ruhig und, ja, auf den Kunden eingehend gehandelt hat. Und, dass die Situation dann voll gut ausgegangen ist, so ohne großes Heckmeck, sag ich mal, das würde ich sagen, so könnte ich vielleicht mitnehmen, dass man einfach gezwungenermaßen dann auch im Alltag vielleicht mal nicht direkt an die Decke geht. Und, ja, sich von seinen Emotionen leiten lässt, sondern eher rational das Ganze Step-for-Step abarbeitet. Ich weiß nicht, ob du sowas meintest, aber mir fällt irgendwie nicht so, was Eigenschaften betrifft, irgendwas ein, wirst du, das ist irgendwie ein bisschen schwierig gerade. Ich kann da vielleicht so, ich denke wahrscheinlich im Hinterkopf jetzt nochmal nach, währenddessen ich die anderen Fragen bearbeite. Vielleicht komme ich da nochmal drauf zurück. We will see. Was ist deine größte Schwäche und was deine größte Stärke und wenn es nicht zu privat ist, dein schönstes und dein schlimmstes Date? Fanny, ich hatte nie ein Date, aber erstmal den Grundfunk. Ich würde sagen, meine größte Schwäche ist, dass ich sehr, sehr schlecht Grenzen setzen kann und mich dadurch dann oft in Situationen begebe, wo ich nicht zu 100% drinne sein möchte eigentlich gerade und dann der Person gegenüber so, dadurch, dass ich unterbewusst eigentlich brodle, weil ich meine eigene Grenze eben überschreite, dann negativ das Auslasser an der Person, obwohl ich eigentlich gerade schuld daran bin, dass ich überhaupt in dieser Lage bin. Ja, und auch im Alltag selbst halt einfach Grenzen setzen und Prioritäten vor allem, ich weiß nicht, das ist eine große Schwäche und ja, größte Stärke würde ich jetzt vielleicht so mein Einfühlvermögen anbringen. Also, dass wenn mir jetzt jemand was erzählt oder so, dass ich dann direkt so einordnen kann und versuche, nicht nur Tipps zu geben, sondern vielleicht auch einfach nur zuzuhören und so, dass man sich, dass ich mich halt so gut auf dieselbe Ebene schwingen kann, wenn irgendwas passiert ist oder so und jemand an das berichtet. Ja, das würde ich halt stärker ansehen. Aber es ist auch gleichzeitig immer eine Schwächere, wenn man dann zu involviert wird und zu emotional attached ist, obwohl es eigentlich gar nicht um ihn selber geht. So dieses Sensible ist auch manchmal anstrengend. Ja, und jetzt eben ein schlimmstes und schönstes Date, also ich gehe eben davon aus, dass es um so Kennenlern-Dates geht, wo man die Person noch gar nicht kennt, sondern es ist so dieses Date, weil wenn ich jetzt mit Ben zum Beispiel irgendwie essen gehe oder so, dann ist das ja auch wie ein Date, aber es ist halt glaube ich nicht das, was du meintest. Aber ja, ich bin immer, wenn ich jetzt irgendwie einen Typen kennengelernt habe, so, dann war das so, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie so natürlich ergeben und nicht so, ja, dann treffen wir uns da und da, also, ich weiß nicht. Aber so die Kennenlernphase, ich habe ja auch an und für sich nur einen Freund vor Ben gehabt und ja, da waren wir bei Ikea das erste Mal. Also wir waren direkt so, keine Ahnung, wie so ein Irrpaus einkaufen geht und wir haben da gleich auch gegessen, also nicht nur in dieser Hotdog, sondern in diesem Bistro, ich weiß nicht, Restro, wie nennt die sich? Ja, aber es war jetzt nicht krass schön so, ja, das mit Ben war halt, da könnte man das vielleicht so als erstes Date nennen, dass wir halt, wo ich ja am nächsten Tag dann bei ihm war, wo wir dann im Garten saßen und auf deren Teich geschaut und wir saßen so wirklich nebeneinander, auch wieder wie so ein altes Seepass, auf den Teich guckt und haben über so viele unterschiedliche Themen geredet und eins ist es so zum anderen geführt und irgendwie war es richtig auch witzig und später dann auch so Videos angeguckt, wo wir uns den Arsch aufgelacht haben, das war davor. Aber dieses ganze Setup so war sehr, sehr schön für mich und war alles so natürlich halt und ich irgendwie angespannt, und, also klar, ist man aufgeregt immer am Anfang, ne, aber das war auf jeden Fall alles sehr, sehr schön, ne. Aber ich kann da immer nicht so Dates erzählen, ich weiß auch nicht, es ist, ich hatte sowas nicht. Ja. Was tust du, wenn es dir mal nicht gut geht? Wie hältst du deine Stimmung auf? Ähm, in den meisten Fällen reage ich so, dass ich dann, ähm, erstmal alles umräumen muss. Also früher war es natürlich mein Zimmer, jetzt räume ich dann gefühlt alles möglich um hier. In den meisten Fällen gehe ich dann auch duschen, also früher habe ich noch zu Hause geholt, da bin ich dann immer instant in die Badewanne gegangen, weil einfach so dieses warme Wasser und so, das, selbst wenn man duscht und das so über ihn fließt, das hat so eine beruhigende und reinigende Wirkung auf mich, das, das hilft mir dann einfach schon in den meisten Fällen, so die Gedanken ein bisschen loszulassen. Ja, das sind eigentlich so die zwei Dinge, die ich dann intuitiv schon so mache. Ähm, ja. Ja, damit versuche ich meine Stimmung wieder ein bisschen, ein bisschen Luftrab zu kriegen, aber ich habe auch jetzt irgendwie schon sehr lange nichts mehr gehabt, wo es wirklich eine konkrete Situation gab, weil wenn man jetzt traurig ist, weil wirklich was explizites vorgefallen ist, dann tut es ja auch mal gut, einfach nur diese Trauer zu spüren oder zu weinen oder so und das so zu verarbeiten. Ähm, und dann kommt man ja schon von alleine wieder so auf dieses, auf diese normale Ebene. Aber ich fühle einfach zurzeit sowieso nicht mehr so extrem meine, meine Emotionen. Ähm, so diese Mental Breakdowns mit, mit einem, so wenn ich halt so krass überreagiere, ähm, und komplett heule und am Boden liege, was weiß ich, so. Da bin ich dann, nachdem das zu Ende ist, bin ich nicht traurig oder so. Das ist dann einfach fertig und dann bin ich wieder in diesem monotonen, mir ist alles egal, Modus, also, es ist so schwierig, deswegen wollte ich auch eigentlich dieses Q&A machen, wenn meine Diagnose da ist aus der Klinik und ihr das alles so ein bisschen besser einordnen könnt. Aber was bringt es euch jetzt, wenn ich euch so sage, so, ja, es ist sowieso gerade alles egal und, ähm, mein Leben ist so monoton und irgendwie, ich fühle eigentlich gar nichts bewühlt, es ist halt so dumm, so. Deswegen, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch drüber oder so und ich weiß auch, dass dieser Zustand jetzt gerade, wie ich das beschrieben habe, ähm, dass es eigentlich so nicht sein sollte, deswegen, ja. Ja, wir skippen das mal schnell, wenn du etwas auf dieser Welt ändern könntest, was wäre es? Wo ich glaube, die Frage kam letztes Mal auch im Q&A, dass wir auf jeden Fall, dass es so eine Art Regularien gäbe, die dafür sorgen, dass niemand auf diesem Planeten in den Zustand rutschen kann, und man sich wirklich Existenzsorgen machen muss, also, mir ist schon bewusst, dass, dass es für eine Gesellschaft so einen Ausgleich braucht von reich und armens, ist einfach so, damit das irgendwie alles funktioniert und Leute auch noch was machen, aber, dass diese Schere von arm und reich halt einfach immer größer wird und manche dann so hinten wegfallen, sag ich mal, dass das, äh, nicht eintreten kann, so, so ein Regularien wünsche ich mir, aber ich weiß selber nicht, wie man das umsetzen sollte, deswegen ist halt so eine Traumvorstellung, ja, das wäre mir so das Wichtigste. Ich versuche jetzt nicht, hier noch Millionen Sachen aufzuzählen, sonst endet das nie, weil so diese, was ich in der Theorie ändern würde, kann man halt wirklich Millionen Sachen, so, weil das, und natürlich wünscht man sich irgendwie so, dass alle friedlich und glücklich sind und so, aber, boah Leute, ich nehme um halb, ja doch, halb zwölf Uhr nachts auf und es kommen so viele Autos. Ja, ähm, könnte ich dann ewig weiterspinnen, so, was für, äh, für Sachen man noch alles machen kann, um die Welt zu, zu einem friedlichen Ort zu machen. Also, das ist das, was ich gerne hätte. Welches Fabelwesen ist dein Liebstes? Das ist die nächste Frage. Und da würde ich jetzt spontan sagen, die Fee, ich kenne nicht alle Fabelwesen, aber, ähm, einfach schon so von Kind auf und auch an den Traumreisen, die ich mir immer ausdenke, kommt fast immer eine Fee vor. Aber, lol, in dem letzten Video, wo ich, ähm, wo ich dieses, ja, Stuff gemacht habe, da habe ich auch eine Fee, Fee in das, ich weiß nicht, ich bin schon immer so, ich liebe Fänen. Und dass sie so übernatürliche Fähigkeiten haben und trotzdem so mini-klein sind in den meisten Fällen, wenn sie dargestellt werden. Also so klein und voll viel Power dahinter, das finde ich irgendwie süß. Und natürlich auch von Erscheinungsbild, so ganz filigran und, ähm, den Flügeln, die so extrem dünn sind, das ist einfach irgendwie sehr ästhetisch, finde ich. Ja, deswegen würde ich sagen, die Fee, und die kann ja dann einfach alles zaubern, deswegen, alles ist wirklich mit der, ja. Was magst du an dir am liebsten, charakterlich, optisch? Ähm, ja, charakterlich würde ich dasselbe anbringen wie jetzt vorhin mit Stärken und Schwächen, so dieses, dass ich halt sehr einschuldsam sein kann und mich schnell so einpendeln, offen an anderen Menschen und, ähm, ja, so da halt mitschwinge. Ich weiß auch nicht, was ich erklären soll. Ähm, und optisch ist das ein bisschen schwierig, wie immer. Ähm, also ich, ich mag meinen Körper und auch mein Gesicht, ähm, so wie es halt schon ist. Ich versuche auch schon, es so anzunehmen, wie es gerade ist. Aber, ich weiß nicht, es gibt nicht so dieses eine... Ähm... Ähm... Alter, was ist das denn? Ich würde sagen, meine Lippen und meine Augen. Ja, die mag ich. Also, Augen nur in der Sonne, weil dann dieses braun-grün mehr rauskommt, weil so sieht es einfach immer noch so sehr braune Augen, aber das ist ein fetter, grüner Ring. Und bei den Lippen halt, weil die, ich weiß nicht, die haben nicht zu viel Fülle, finde ich, nicht zu wenig. Sie haben eine gute Form, so, und, ähm... Ja, das ist, da bin ich sehr dankbar, dass die Gene da so gut gekickt haben. Aber, ja... Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt auch aufzählen müsste, was ich gar nicht mag, fällt mir auch nichts ein, also... Es ist so... Ich bin gerade fein mit dem, wie ich aussehe. Auch wenn es Tage gibt, wo ich mich anders hässlich fühle. Aber ich weiß dann halt, das ist jetzt einfach nur... Weil in mir selber gerade was nicht stimmt und ich... Weil wirklich mein Körper so irgendwie das verdient hätte, jetzt als hässlich oder so Betrachter zu werden. Deswegen, ja, ist das irgendwie ein bisschen, finde ich, schwierig gerade. Naja. Ähm... Hier ist auch, was sind deine Stärken? Habe ich praktisch schon beantwortet. Jetzt Stärken... Ähm... Ich glaube, dass, wenn ich was gefunden habe, was mir Spaß macht, dass ich dann da wirklich so krank diesen Überfokus entwickle und dann auch wirklich heftig durchziehe und auch... Ähm... Um halt das Ziel so zu erreichen, sag ich mal. Und dann bringt mich davon auch nichts ab, aber... Es ist halt irgendwie auch dann die Schwäche, weil mit Dingen, die mich nicht so... Nicht so verheftig packen, wie das hier, wo ich diesen Überfokus entwickle, dann... Fällt das so komplett weg und ich so... Oh, nee. Ja, und nicht nice. Ja. Also, dass du dich so als Stärke benennst. Und eben das, was ich vorhin gesagt habe, ich habe gar nicht gesagt, was ich vorhin... Das mit dem einfühlsamen, äh... Sensiblen. Ja. Was ist dein Lieblingscharakter aus einer Serie? Da habe ich tatsächlich den letzten Tag drüber nachgedacht, weil ich das von Liddy, ähm, gesehen hatte. Hat mich auch sehr gefreut, dass sie kommentiert hat. Ähm... Und es ist richtig schwierig, weil... Ich weiß nicht, ähm... Es gab noch nie so einen Charakter, wo ich so mich so praktisch verliebt habe oder extrem... Mich mit identifizieren konnte. Es ist zwar, dass ich schon so Sympathie entwickle für den einen oder anderen Charakter. Ähm... Aber, ja, so... Bei Mord mit Aussicht, die Heike Schäffer... Also, die Frau vom Schäffer... Ich weiß gar nicht, Dietmar Schäffer ist da. Weil, das ist halt... Also, für die, die die Serie nicht kennen, das ist so eine Frau, die, ähm, sich voll um ihren Mann so sorgt. Und so eine richtige Mutti. Also, da ist jetzt kein Kind dabei, aber sie ist halt so... Sie verköpelt für mich so eine Hausfrau, die, ähm, ja, immer dafür sorgt, dass es ihrem Mann gut geht. Und, ja, irgendwie auch in der Serie spielt sie so eine Mutrolle für mich. Also, keine Ahnung, es ist irgendwie weird eigentlich. Aber ich finde es immer mega süß, wenn sie da ist. So, Ben ist richtig genervt von ihr. Aber, ich mag die. Die hat irgendwie so... Tolle Vibes. Sie ist schon auch eine Karen und nervig irgendwie, aber... Weiß auch nicht. Ja. Und bei Hubert und Staller lieb ich den Gierwitz. Der ist ja dann später bei Hubert ohne Staller auch immer im Einsatz mit dabei. Und da lieb ich ihn auch mehr. Es ist einfach... Ich weiß nicht. Der gibt mir kuschelige Vibes. Der ist witzig. Und irgendwie erinnert er mich auch an meinen Opa. Also, ich habe keinen Plan, was da abgeht, dass ich das so mag. Dann meine Lieblings-Kinderserie. Da habe ich es so viel früher mal geschaut. Ich bin ganz überlegen, was Kinderserie ist. Ob das schon so dieses Alters so 3, 4, 5... Also so Kindergarten. Oder ob man damit so die Zeit meint, wo dann das Haus Anubis und sowas kam. Oder die Bröttercreme und so. Das ist jetzt... Schwierig. Also ich habe halt oft auf Bob der Meister geschaut. Und sehr, sehr gerne. Aber ich weiß nicht. Mir fällt gerade ernsthaft nichts ein, wo ich so richtig abgegangen ist, wenn das lief. Später als H2O plötzlich mehr junge Frau. Das ist... Oh, da habe ich so viel geheult. Und auch... Ich sah aber auf dem Ray Valley Place. Als das dann so mäßig zu Ende war, Rotz und Wasser. Ich kam gar nicht klar. Und Tana Montana. Das habe ich auch nicht verkraftet. Also halt, als ich dann realisiert habe, okay, die Person gibt es nicht in echt. Und die Serie ist jetzt auch noch zu Ende. Tschüss. Ich habe immer wie Sau geheult. Aber so eben Kind, Kind. Da war es mir nicht so egal, was lief. Da habe ich alles gerne geschaut. Ja. Mein Idol habe ich nicht. Ehrlich. Es ist so schwierig. Also ich weiß auch nicht... Ich glaube, ich habe damals in einem Q&A darauf sowas geantwortet. Wer so mäßig auch mein Vorbild ist. Aber ich habe kein Idol. Es ist oft, dass ich mich so... Wie nennt man das? Dass man so fanatisch auf einmal eine Person richtig toll findet. So aus der Starwelt. Aber das hat bei mir dann so ein paar Tage an Geld. Und dann war es auch wieder vorbei. Außer bei Justin Bieber, wo ich... Wie alt war ich da? 14, 13. Aber das war auch eher... Weil ich halt bei anderen gesehen habe, dass die das alle machen. So mit überall Poster aufhängen und so. Und dann habe ich einfach random, auch aus der Brau, glaube ich, damals... So mein ganzes Zimmer voll tapeziert. Obwohl ich das gar nicht so gefühlt habe. Ich habe immer so... Ich wollte so sein wie die anderen, die das gemacht haben. Aber ja... Ich auch jetzt so... Ich habe niemanden so, zu dem ich aufschaue oder sage, wow, so und so möchte ich auch mal sein. Keine Ahnung. Deine Lieblingsfarbe. Das ist... So Lavendelfliederlila, würde ich sagen. Aber auch da finde ich irgendwie, dass das so ein bisschen wechselt. Also diese ganzen Beige-Nude-Töne mag ich auch ultra gerne. Aber mochte ich davor gar nicht. Also irgendwie wechselt das auch mal so ein bisschen. Vor allem, wenn ich auch in Fliederlila fast nichts habe. Es ist einfach... Ich gucke die Farbe gerne an. Das beruhigt mich. Aber... Ich habe keine Oberteile damit oder sonst irgendwas. Irgendwie keine Tasche, kein Schminkzeug. So, das ist einfach... Ja, die Farbe beruhigt mich. Erinnert mich auch an wirklichen Lavendel. Ja, das ist mein Lieblingsfarbe. Deine Lieblingspflanze. Definitiv diese hier. Es ist... Der Freidegg. Alokasia Freidegg. Und allgemein Alokasien. Also diese ganze Gattung. Ich glaube, ich habe noch nie eine Alokasi gesehen. Die ich nicht so wirklich machte. Weil diese Blattform halt in den meisten Fällen sehr ähnlich ist. Aber... Ja. Und die Philodendron Melanogryso. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Den habe ich ja leider nur noch in klein. Weil der die... äh... ...Tripse... ...Plage nicht überstanden hatte. Das ist im Wohnzimmer. Ich mache einfach null Trigger, ne? Shitty. Nehme jetzt mal hier diesen Ball ran. Ähm... Ja. Also das ist mein Lieblingsfarbe an sie. Und das Lustigste, was dir je passiert ist. Eine peinliche Situation erzählen. Ich sag's, es ist... Mir ist noch nie was Peinliches passiert. Also wirklich. Irgendwas, wo ich mich so richtig heftig geschämt habe. Kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht war es auch so dramatisch für mich, dass ich es einfach nicht mehr weiß. Aber... Also ich hatte jetzt noch nie so eine Story zum Beispiel, wo ich mich in der Öffentlichkeit eingekackt habe. Ich warte noch darauf, ohne Witz. Ich glaube, dass das jeden Mal passieren muss. Aber... Wer weiß. Dann auch so... Zum Beispiel, dass ich jetzt meine Tage hatte und das irgendwie in einem ungünstigen Moment eingesetzt hat. Auch nicht. Das sind auch so Standardsachen. Ich habe nie jetzt irgendwie in einer Unmassen-Situation gefurzt oder so. Ich weiß auch nicht. Das kann mir noch peinlich sein. Ich versuche gerade alles durchzugehen. Und da ist da vielleicht was... ...einleuchtet. Aber... Ich weiß nicht. Also ich könnte jetzt eine Story erzählen, die vielleicht für andere unangenehm gewesen wäre. Gewesen wäre. Gewesen wäre. Aber ich habe mich da nicht wirklich geschämt für. So. Ich war einfach ultra happy dann, nachdem es vorbei war. Ich hatte nämlich ein... Peinlicher Story. Ich habe an meinem Po oben, in diesem ganz, ganz oben, was das ist, nicht mehr wirklich die Ritze, sondern halt so Steißbein-Area. Aber schon irgendwie auch Po. Da hatte ich einen Pickel. Der war im August letztes Jahr, hat er sich da entwickelt. Und er ist aber nie so... Ich glaube, es ist eher eine eklige Story. Fällt mir gerade so auf. Oh, egal. Auf jeden Fall. Ja, da er sich da entwickelt, aber er ist nie so weiß geworden oder so. Er war halt so unterirdisch-mäßig und hatte einfach nur anders weh. Und dann hat er sich irgendwann so ein bisschen abreagiert. Also es hat nicht mehr so krass wehgetan mit dem Sitzen oder so. Weil das war echt... Boah, es tat so weh bei allem, was ich getan habe, wenn mein Po involviert war. Ja, dann sind so die Monate vergangen und ich habe da nicht mehr wirklich drüber nachgedacht, so. Aber jetzt, ich glaube, das war im Oktober. Ich denke, es war Oktober. Habe ich dann wieder gemerkt, so wie anders weh das einfach tut. Auch bei all jedem an der Kasse, wenn ich da so lange sitzen muss. Oder auch manchmal dann, wenn ich aufgewacht bin, habe ich das schon gespürt, dass das weh tut. Und dann habe ich so gegoogelt, weil ich dachte, okay, das kann nicht mehr nur ein Pickel sein, das muss irgendwas anderes sein. Und dann dachte ich, das wäre eine Fistel. Wenn ihr ja nicht wisst, was das ist, dann könnt ihr das googeln. Dann habe ich aber so von... Habe ich das so versucht anzugucken, wenn eine Bänder da auch schon rumschaut. Und wir waren so, hey, was ist das? Ja. Dann hat das irgendwie nicht so gut mit den Bildern übereingestimmt, weil da so Einstecher dann halt noch da sein müssen. So für den Ein- und Ausgang von der Fistel. Und dann habe ich einfach so ein richtig ekliges Bild von meiner Ritze da gemacht mit dem Teil. Habe das noch so beschriftet. Po-Ritze. Unbekanntes Wesen. Problem, habe ich dann geschrieben. Problem. Und halt, wie das lokalisiert ist, weil ich wollte ihr ja nicht alles schicken. Und dann habe ich das so an meinen Arzt gesendet per E-Mail, weil man kommt da nie durch, wenn man telefoniert. Anrufen möchte. Und dann hat halt die Sprechhilfe so auch das gesehen natürlich. Und als ich dann ankam, nachdem ich einen Termin bekommen habe, meinte ich auch so direkt so, ja, sie haben uns ja diese E-Mail gesendet und so. Und ich so. Ja, aber ich weiß nicht, ich fand es so halt den besten Weg, weil ich hatte Angst, dass ich nicht schnell einen Termin bekomme. Und dann habe ich so, wenn die dieses Bild sehen, dann denke ich sie auch. Ja. Also es könnte der oder der schon so peinlich sein, aber irgendwie war es mir ja nicht peinlich. Also ich denke mir halt, ich habe alles gut dargestellt. Und ja. Aber ich weiß, weil ich das auch anderen gezeigt habe, dass sie das unangenehm fand und peinlich. Und ja, dass das wahrscheinlich wäre. Ich hoffe, die Story ist gern verstört. Aber ihr seht, mir wurde direkt geholfen und niemand hat mir irgendwie mich ausgelacht oder so. Vielleicht haben die sich beim Privaten so drüber lustig gemacht. Aber ihr seht, das ist an und das ist eigentlich kein Problem. Einfach die Tatsachen, wie sie sind, darzustellen. So. Hast du ein Einschlafritual? Wenn ja, welches? PS, deine Videos sind immer sehr entspannt. Und ich danke dir. Und ich habe kein Einschlafritual, beziehungsweise würde ich vielleicht das ASMR anhören, als Ritual bezeichnen mittlerweile. Weil ich halt wirklich gefühlt nicht mehr einschlafen kann ohne ASMR. Außer ich bin feiern gewesen oder so, oder so heftig schon sowieso müde, dass ich es nicht mehr schaffe, meine Airpods in meine Hörchen zu stecken. Aber sowas jetzt wie, ja, ich trinke dann einen Tee und mache dann noch eine Meditationsübung und so. So ist es jetzt nicht. Ich bin schon immer sehr, sehr lange wach gewesen und chill auch am PC kurz bevor ich dann pennen gehe. Deswegen ist das... Ich weiß, das ist nicht gut und so kann man auch schlecht einschlafen. Aber, ja. Und ich lese auch nicht, bevor ich schlafen gehe. Das machen die manche, aber ich kann nicht mehr lesen. Aufgrund der psychischen Situation funktioniert das nicht mehr. Aber ich werde dafür sorgen, dass ich wieder lesen kann. Und dann werde ich vielleicht so ein Ritual mir aneignen. Ja. Aber ich finde das eigentlich voll gut, so vorm Schlafen gehen, auch mal was Entspannendes zu lesen. Man muss es halt machen und können. Wie bist du auf Aaseberg stoßen und wusstest, genau das möchte ich machen? Das habe ich auf jeden Fall im letzten Q&A erzählt, weil das brennend interessiert hat. Ich bin durch meinen Bruder auf Aaseberg gestoßen. Ich hatte zwar, als Janina mit ihrem Kanal angefangen hatte, Aaseberg Janina, die ja so die Leaderin ist. Da hatte ich das mal gesehen, weil auch andere YouTuber wie Umu oder so hat der darauf reagiert. Ich weiß nicht, Leute haben halt auf jeden Fall Aaseberg angesprochen. Aber da konnte ich aber nichts damit anfangen. Und dann eben erst vor... Das ist jetzt zwei Jahre her, glaube ich. Vor zwei Jahren hat mein Bruder das ständig gesuchtet. Und dann habe ich es irgendwann mal ausprobiert und, ähm, also ausprobiert im Sinne von zugehört. Mit Kopfhörern auch. Und dann war ich direkt in so ein Band gezogen und ich habe es gesuchtet. Wie immer, wenn ich irgendwas Neues entdecke, was ich gerne mag, dann stürzt es mich schon komplett rein. Weshalb ich dann auch erst dachte, als ich selber mit Aaseberg angefangen habe, dass es jetzt halt einfach so ein Hobby ist, was ich dann ein paar Wochen mache und dann gar keinen Bock mehr drauf habe. Aber so war es jetzt nicht. Es macht mir immer noch Spaß. Ja, doch, es macht mir immer noch Spaß. Es war nicht wie am Anfang natürlich, weil es jetzt so eine Routine wurde. Aber, ähm, ich wusste eben genau dadurch, dass es mir so Spaß gemacht hat, dass ich genau das machen möchte. Aber, wie gesagt, ich hatte im Hinterkopf, dass es vielleicht nicht so lange anhält, wie bei meinen anderen Hobbys. Ähm, ja. Also, dank meinem Bruder bin ich darauf gestoßen. Und ich habe am Anfang nur Dori Aase mehr angehört. Und, ja, das ist meine, meine persönliche Inspiration gewesen, dann auch irgendwann selber anzufangen. Also, das heißt, irgendwann, ich glaube, nicht mal, nicht mal drei, vier Wochen später habe ich, ähm, das ist halt mit dem Handy so begonnen. Ich hatte dann noch keinen Mic oder so. Ich habe einfach nur in meinen Handy hineingeflüstert, während ich das, ähm, Zeug, was ich gemalt habe, mit Acrylfarben abgefilmt habe. Davon gibt's, ja, das ist ja mein erstes Aase-Mehr-Video, das ist dann noch auf dem Kanal. Nutella mit oder ohne Butter? Aktuell mit. Ey, Leute, ich glaube, das war auch in einem anderen Video. Ich würde einfach alle Fragen schon mal da hießen. Ähm, aber es kommt halt darauf an, wie gerade meine Lust ist. Also, es geht auch Tage, da ist ich das ohne. Früher habe ich nie Butter auf, also unter Nutella gemacht. Aber jetzt gerade irgendwie feiere ich das übel. Deswegen keine konkrete Antwort. Es ist von meiner Laune abhängig. Ja, ähm, ich suche gerade irgendwie schon wieder die ganze Zeit noch einen anderen Trigger. Trigger! Der nicht so auffällig prägnant ist, weil ich habe auch Angst, dass manche die sonst nicht mögen. Und dann stört das hier voll. Aber ich kann halt auch kein Brushing machen. Weil dann das Sprechende ohne Pop-Shots so unangenehm wird. Und hier oben drauf, Brushing ist so, so laut irgendwie gerade. Ey. Ich glaube, ich würde mal einfach ein paar Handmovens noch. Als die Zitrone oder Pfirsich. Bei mir geht eigentlich 90% nur Pfirsich. Aber manchmal habe ich Bock auf diesen Kick und dann nehme ich so Zitrone. Aber es ist halt wirklich 90% Pfirsich. Mayo oder Ketchup? Gar nichts davon. Ich mag das nicht. Ich mag zwar die Mayo auf dem Long Chicken Vegan. Vegan Long Chicken von Burger King. Obwohl das ja glaubt, nee, ist das Salat. Wie nennt ihr das? Ich weiß nicht, ich glaube, da ist Mayo drauf. Doch, doch, doch. Aber es gibt noch so einen Namen dafür. Aber Ketchup, nee. So. Jetzt, wenn ich zum Beispiel Pommes habe, dann möchte ich keine Mayo, dann möchte ich kein Ketchup. Dann möchte ich süße, saure Soße. Ja. Lieblingsurlaubsziel, Traumurlaubsziel. Hab ich nicht wirklich. Also, ähm, ist es so für mich irgendwie egal, wo ich hingehe, in Urlaub oder was halt, ähm, anstehen könnte. So, da geht es eher darum, mit wem ich da hingehe. Und dann wird es cool, weil es einfach schon nicht mehr hier zu Hause ist. Also, das ist so, wie ich meine. Ähm, aber ich hab jetzt nur noch nicht so diesen einen Ort, den ich unbedingt mal gesehen haben muss, bevor ich ablebe. Ähm, ja. Ich denke oft so über Thailand nach, aber dann hält mich immer so, das ganze, die ganzen Krankheiten und so, hab ich dann direkt ein bisschen Panik. Ähm, da würde ich irgendwie gerne mal hin. Da ging auch nicht genauer sagen, warum einfach so dieses, die Kultur zum einen und auch die, ähm, Landschaft. Und, kommt natürlich darauf an, welchen Ort man dann wählt, aber sie ist in der Natur und so. Ja. Und ich würde gerne auch nochmal, nicht mit meiner Familie, sondern mit Ben zusammen, ähm, so Richtung Norden, ähm, Dänemark oder so, weil ich da auch die Landschaft sehr beruhigend fand und so erfrischend irgendwie, neukraftschöpfend. Ja, das ist glaube ich so, weil ich, weil ich gerne Ziele für die Zukunft. Psychisch gesund werden, das ist gerade mein, mein Hauptziel, weil mir ist auch langsam einfach reicht. Ähm, ja. Ja, das ist wirklich eigentlich, Leute, das ist mein einziges Ziel und das habe ich auch schon im letzten Q&A gesagt. Ähm, ich nähere mich diesem Ziel auch immer weiter, weil eben durch jetzt die Klinik, so die Diagnose, dann endlich irgendwann auf dem Tisch liegt und ich dann noch Medikamente bekomme, die dafür angepasst sind und, ähm, ja. Mein Ziel ist, dass es dahingehend stabil zu werden, damit ich auch wirkliche Ziele, also nicht nur dieses Persönliche, ähm, mir setzen kann, weil jetzt gerade habe ich keine Ziele, jetzt gerade fühlt sich alles an wie, wie Schwabbel und, äh, keine Ahnung, so durch den Tag kämpfen. Ähm, ich weiß nicht, das ist so, ich habe da kein großes Ziel, ähm, das und das werde ich mal, möchte ich mal machen oder so, sondern ich beschäftige mich mit ganz anderen Sachen, so, ja. Was ist seine größte Angst? Auf jeden Fall Feuer. Ähm, ja, und was war Angst, dass auf einmal hier irgendwie unsere Maschine, Waschmaschine in Fackeln aufgeht, in Flammen aufgeht? Oder, ähm, ja, wenn wir schlafen, irgendwas steckt oder was weiß ich, was da alles passieren kann. Ähm, also das im materiellen Sinne und dann Angst, ähm, dass Ben stirbt. Das ist eine sehr große Angst von mir. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass man manchmal, wenn er im Bett liegt neben mir und einfach nur ganz wittig schläft, auf einmal so ein Kick kommt, weil ich immer ja noch wach bin, wenn er schon schläft. Und ich ihn dann so angucke und mir denke, oh mein Gott, was ist, wenn ihm morgen was passiert oder so. Und dann, da fange ich einfach an zu flähen, raffe ich mich zusammen, weil ich mir gerade, ist alles okay. Aber das ist meine größte Angst, dass ich ihn verliere. Ich weiß zwar, dass ich dann auch klarkommen würde, so ist es nicht, ich spüre schon auch diese Stärke noch in mir. Aber, ähm, dieser Typ. Er darf nicht abkratzen. Also, keine Ahnung. Ähm. Ähm. Was macht dich deiner Meinung nach aus? Boah, Leute, ich habe bei sowas immer... Ich weiß, es ist ein Unterschied zwischen selbstbewusstsein und arrogant zu wirken oder eingebildet, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wenn ich sowas von mir geben soll, dass ich eingebildet wirke und krass selbstüberzeugt und so. Und das finde ich richtig unangenehm. Aber, ähm, ja. Näh. Also, ich würde sagen, dass es mich ausmacht, dass ich sehr selbstreflektiert bin. Boah, das klingt so unangenehm. Alter. Ähm. Aber ja, das kriege ich auch von außen häufiger mitgeteilt. Das ist auch das, was Ben so sehr an mich schätzt und liebt. Und deswegen würde ich das jetzt einfach mal sagen, dass, ähm, das häufig sniellos, ähm, angebracht wird und dass ich das auch von mir selber so denke. Schnell weitermachen. Ähm. Welche Sprache würdest du gerne sprechen kann? Auf jeden Fall Russisch. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde diese Sprache so geil. Einfach ist, ähm, das hat irgendwie so... Also, erst mal die Art, also die Schriftzeichen dafür. Sieht so geil aus. Kann ich nicht... So ästhetisch einfach. Und dann auch, wie es klingt. So, das ist so... Es ist... Es umschlingelt mich so. Ich will gar nicht mehr erklären. Aber das, ähm, würde ich sehr, sehr gerne auch verstehen und sprechen können. Ähm, hält mich auch eigentlich jetzt auf, das zu lernen. Also, kann dich irgendwann mal als nächstes Ziel anstreben. Ähm, mein Lieblingsessen ist das so eine Sache. Ähm, ich habe immer wieder so ein Essen, was ich komplett durchsuchte. Und dann mag ich das auf einmal nicht mehr. Also, es löst nicht mehr die gleichen Gefühle aus. Und dann suche ich mir ein neues Essen, was das auslöst. Deswegen habe ich immer konstant neue Lieblingsessen. Ähm, ich weiß nicht. So jetzt zur Zeit suchte ich diese Kiba-Gummibärchen, die ich in meinem Food-Video gegessen habe. Ähm, es ist jetzt noch nicht so lange mein Lieblingsessen. Aber, ähm, ich weiß nicht, dass ich das jetzt tütenweise verzieren werde. Und dann so in ein paar Wochen. Ähm, kann ich das nicht mehr sehen. Aber, ja. Das ist es jetzt gerade aktuell. Für ein paar Wochen. Ähm, untergeschrieben sind einige geworden. Upsi, ich freue mich sehr, dass du so viel Interesse hast. Wirklich, dankeschön. Welches Sternzeichen bist du? Ähm, ich bin Krebs. Ich wollte gerade so überlegen. Ich bin Krebs und mein Aszendent ist Löwe. Ganz kurz will ich den noch anbringen. Ähm, weil ich, ich habe immer diesen Drang, euch zu sagen, das Sternzeichen. Hm, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so ein kranker Trend geworden. Über die letzten zwei, drei Jahre. Und ich habe zwar auch so ein bisschen diese, dieses Interesse daran. Aber Leute, vergesst nicht, dass das, was einen Menschen ausmacht und vor allem prägt, die Umwelt ist, also Anlage Umwelt. Das bedeutet, das, was ihr in eurer Kindheit erlebt, wie ihr erzogen werdet und was in einem Umfeld ihr groß werdet. Also, das ist das, was euren Charakter zu einem sehr großen Teil ausmacht. Und, ähm, ja, dieses Sternzeichen-Ding und so. Selbst wenn ihr jetzt nicht so ein Horoskop lest in irgendeinem Magazin, sondern die, die kompletten Erklärungen, charakterlichen Erklärungen, das kann jedes Auto ich lesen mit egal welchem Sternzeichen und man findet immer kleine Punkte, die passen so. Und, äh, ich weiß nicht, es triggert mich immer ein bisschen. Ähm, aber ich habe neulich was gehört, was ich richtig cool finde, nämlich, dass das Sternzeichen, das ist, wie man vom Grunde her so innerlich ist und das ist das, das Erzendent, das ist wie ein anderer Wahrnehmen und wo man sich eher hinentwickelt mit der Zeit und wenn man jetzt nur so grob nennt, Krebs extrem emotional, sehr gefühlvoll und, ähm, sensibel und dann den Löwe stark selbstbewusst nach außen und zielstrebig und so, dann sehe ich da schon auch, ähm, Parallelen, die aber auch jeder andere da sehen könnte. Das ist bei sich selber, weißt du, wie ich meine, das ist so banal, egal. Aber, das war schon immer in der Schule so, dass Leute mich eher als selbstbewusst und stark und so wahrgenommen haben, aber innerlich komplett hier oben Chaos und Panik und was weiß ich und das ist also dieses, wie man nach außen wirkt und wie es eigentlich wirklich ist. Ja. Aber viel zu viel erzählt. Einfache Frage. Ich rate direkt aus. Ja. Welches Harry Potter Haus bist du? Ich glaube, man kann das online mit Fragen und so herausfinden. Ich denke mal, das meinst du aber. Ähm, mich interessiert Harry Potter wohl, es tut mir so leid. Ähm, ich hab das da geguckt, eben damals wegen meiner, nee, erst wegen meinem Ex-Freund, der wollte das zusammen schauen und dann, ähm, wegen meiner Freundin, die immer ins Kino mit mir wollte, wo sie so einen Marathon hatten von Harry Potter. Aber, so, ich hab's gern geguckt. Ich finde auch sehr viel, also, sehr, viele schöne Situationen so, aber, grundlegend ist es jetzt nicht so, wie für manche so dieses, solltest du so gefühlt in ihr Leben fast, ähm, das kann, da kann ich gar nicht relaten. Deswegen hab ich da jetzt auch noch nie mein Haus oder so, ähm, analysieren lassen. Ich weiß nicht, Tipps, wie man sich selbst mehr akzeptieren kann. Ja, also, ich hab ja selber große Probleme, einiges an mir zu akzeptieren, deswegen bräuchte ich, glaub ich, selber diese Tipps. Aber, ja, ich würd wie immer sagen, dass, wenn man merkt, man geht gerade mit sich selbst nicht wirklich nett um oder versucht sich wieder irgendwelche Sachen einzureden, die einfach nur selbstschädigend sind, dass man dann eben in diese Beobachter- Perspektive umswitcht und versucht, die Rolle einzunehmen vom, vom fürsorglichen, sich Wertschätzenden ähm, und, ja, dann praktisch mit sich selber spricht und einem klar macht, dass, das nicht siehführend ist, wie man gerade mit sich umgeht und einfach so diesen, diesen Moment packt eben, wo man das bemerkte und dann bewusst das umlenkt in die andere Richtung. Aber dafür muss man es natürlich erst mal merken, weil meistens macht man sowas ja auch unbewusst. Ähm, aber ja, dass man da einfach so mit seinen, mit seiner Gedankenkraft dagegen angeht und dann natürlich auch äußerlich versucht, ähm, liebevolle Tätigkeiten auszuführen, also so eine Pflegeroutine ist ja schon was, wo man sich selbst ein bisschen wertschätzend gegenüber tritt oder so oder Masken macht, weiß ich nicht, oder eben mal ein entspanntes Bad, wenn man eine Badewanne hat oder so, ähm, sich selbst gegenüber einfach liebevoll und, ähm, akzeptierend gegenüber tritt, so, dass, und in Momenten, wo man eben irgendwelche Sachen getan hat, die man jetzt vielleicht komplett zudenkt und sich das Gefühl gibt, so, das war richtig blöd, wie ich es gemacht habe und so, dass man sich sagt, ey, ist es jetzt so gelaufen, du hast dein Bestes in dem Moment gegeben oder, ähm, für dich das in dem Moment Richtige gesagt oder getan und, was immer jetzt da rauskommt oder, was ich jetzt gerade fühle, ist okay, so wie es ist und, ähm, ja, sich nochmal klar macht, dass das Leben ein, ein Journey ist, ähm, wo es Höhen und Tiefen gibt und, man nicht alles komplett direkt perfekt machen kann und dass es jetzt einfach weitergeht, das war eine Erfahrung und fertig, auch was weiter, so, das, so diese Akzeptanz irgendwie noch ein bisschen mit reinbringen da, das ist alles so, wie man es macht, für den Moment richtig gemacht hat, ja. Ähm, hast du schon einmal ein vierblättriges Kleeblatt gefunden? Leider nein. Ich habe wirklich als Kind unfassbar viele Klee-Wiesen abgegrast. Ähm, irgendwann dachte ich mir dann aber auch, dass das, glaube ich, auf diese Methode, ähm, auf diese Methode, auf diese Art nicht, ähm, so, natürlich passiert, also, ich finde eigentlich, jetzt, auch damals, irgendwann, habe ich mir gedacht, das ist viel besser, als wenn das Kleeblatt mich findet, also, wenn ich wirklich spontan mal irgendwann auf den Boden gucke und da ist es dann, ähm, ja, aber auch das ist mir nie passiert, leider. Ähm, es ist immer so funny, wie ich eigentlich nicht an solche Sachen glaube, aber irgendwie auch doch, also, tief im Inneren, was, ich weiß nicht, diese sehr spirituelle, Phase, die ich hatte, von 15, 16, 17, so, ist noch tief in mir drin, ja, aber dieses, wo ich so gewiesen habe, gegrast habe, das war jetzt nicht in dem Alter, das war schon so mit sieben, acht, ja, in welches Land würdest du auswandern, wenn du müsstest? das kann ich so spontan jetzt leider wirklich nicht beantworten, weil ich da dann auch abwägen würde, wenn ich die Zeit noch hätte, ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt direkt los muss, kann ich nicht so viel recherchieren, aber ich würde schon wissen wollen, wie ist das Gesundheitssystem vor Ort, ähm, wie ist die Regierung und was für Freiheiten habe ich, deswegen würde ich das dann, wenn ich wirklich jetzt aus Deutschland raus müsste, wäre das für mich eine Priorität und nicht, wo sieht es am schönsten aus und, äh, ist da jetzt das Klima toll und so, oder so, das wären dann so zweitrangige Dinge, die ich entscheiden würde, weil ich würde dann schon eher, ähm, in ein wärmeres Land gehen wollen, also Richtung Süden, ähm, aber das wäre erstmal so die Faktoren, die ich abklären wollen würde, deswegen kann ich da jetzt nicht so was, wo ich dann, hingehen würde, wenn ich müsste. Ja, dein Lieblingsfach früher in der Schule ist doch definitiv Psychologie, das hatte ich natürlich dann erst, als ich auf dem Sozialgymnasium war, ähm, aber davor war es eigentlich immer Englisch, nicht, weil ich jetzt krasse gut in Englisch bin oder so, sondern weil wir da die kreativsten Sachen eigentlich gemacht haben und auch einen sehr langen Part auf dem Gemini hatten, wo der Lehrer viel mit uns gesungen hat. Ich hasse singen, aber es war halt cool, weiß nicht, dann konnten wir alles auch zusammen was anderes machen als Unterricht, ähm, und, ja, auch so hat er manchmal so Sachen gemacht, wie das irgendein random Schüler der Lehrer war, also ich weiß nicht, es war, oder die Lehrerin, ähm, das war immer ganz cool, ja, so da war es halt irgendwie Englisch, ähm, Psychologie war so das, was mich am meisten geketscht hat und wo ich auch am meisten Interesse dann dran hatte, ja. Was würdest du machen, wenn Twitch und Social Media nicht so gut laufen würde? Also mit Social Media meinst du, denke ich einfach, ähm, YouTube-Wahl, mein Instagram ist jetzt nicht, also das wirft nichts ab, und TikTok genauso wenig. Also, aktuell habe ich nur Einnahmen durch Twitch und YouTube. Ich habe keinen wirklichen Plan B oder so, das ist das, was ich jetzt gerade mache, ist halt einfach, also ich weiß nicht, ich lebe schon immer so nach dem Motto, ähm, ich probiere halt was aus und wenn es so dann nicht klappt, dann muss ich mir halt dann erst Gedanken machen. Also ich bin absolut kein zukunfts, ähm, orientierter Mensch, also der sich auch irgendwie röklagen will oder sowas. Ich bin da komplett lost und, ähm, ja, vor allem jetzt auch so durch meine Psyche eben und dass das die größte Baustelle ist, äh, habe ich einfach, wie ich vorhin schon erzählt habe, ich habe keine anderen Ziele oder so, oder dass ich jetzt dieses Studium machen will, damit ich den und den Job ausüben kann, sondern, ähm, ja, es ist einfach gerade für mich so, ich bin jetzt in meinem Panzer drin, in meinem Schildkrötenpanzer und mache so eben jetzt YouTube und Twitch und komme damit ganz gut durch. Ich kann damit jetzt nicht gut leben, also wenn manche Leute glauben, dass ich irgendwie tausende von Euros verdiene, das ist wirklich nur der niedrigste Standard, wenn ich nicht mit Ben zusammen wohnen würde und er auch die Hälfte übernimmt für alles, dann würde ich wahrscheinlich wieder zu Hause leben, ähm, weil ich einfach aktuell so nicht arbeiten gehen kann oder irgendwas tun, es, es, es funktioniert einfach nicht, ähm, von daher gibt es keinen Plan B oder was anderes, was ich dann machen würde und ich bin einfach dankbar, so wie es jetzt gerade ist und auch, dass es noch besser wird statt schlechter, aber wenn das passieren sollte und es irgendwann so mies aussieht, ähm, dann, dann werde ich mir dann halt irgendwas anderes, Neues überlegen, keine Ahnung. Ja, ist sehr riskant, aber was ist schon sicher, also, man kann nie wissen, was morgen passiert und von daher bin ich eher so ein in den Tag lieber. wie würdest du dich selbst beschreiben, charakterlich, charakterlich und so weiter, ähm, basically habe ich ja vorhin schon ein paar Sachen angebracht gehabt, ich würde noch dazu bringen, dass ich sehr impulsiv bin, eben durch diese Emotionalität und das Gefühl von der einen Sekunde das umswitchen kann, ähm, weil ich so sensibel bin, gehe ich dann halt richtig an die Decke, ich habe auch ein kleines Aggressionsproblem, ähm, woran ich arbeite, deswegen, also das ist noch eine große Sache, die sich leider auch in Freundschaften und in meiner Beziehung äußert, im negativen Sinne, ähm, ja, dann eben dieses einfühlsame auf der anderen Seite und verständnisvoll, kommunikativ, also, ich möchte, wenn, wenn ich mit einer Person Kontakt habe, dann möchte ich auch, dass es eine offene und ehrliche Kommunikation gibt, ja, so fürsorglich vielleicht noch und perfektionistisch in allen möglichen Bereichen, ähm, obwohl das nicht mal erreichbar ist, das weiß ja wohl jeder, aber, ähm, trotzdem versucht man immer so, sein persönliches Perfekt zu erreichen und das, ähm, bringt mich oft selbst so zum verzweifeln, ähm, aber es ist auch schwierig, dann davon abzusehen, ja, das sind gar so random Sachen, die mir irgendwie kommen, ja, äh, das habe ich zweimal die Woche gemacht und ich konnte so lange nachts wach bleiben, wenn ich oft dann erst um 15 oder 14 Uhr gearbeitet habe, ähm, ja, das, es gab zwar auch Tage, wo ich um 8 Uhr dort sein musste, aber das war dann eben ja nur einmal die Woche dann und dadurch hat es dann, also ich war dann zwar geistesgremi müde so, aber ich habe es dann trotzdem mit 3 Stunden Schlaf oder so überlebt, ähm, zwar sehr unangenehm, aber so war das dann halt, ähm, und es ist oft schwierig gewesen, vor allem wenn ich dann noch nachts gezockt habe oder so, ähm, die letzten Monate über, weil ich halt dann hier in dem Zimmer, wo auch da das Bett steht, gezockt habe, ich habe dann oft so, hier haben wir so Kleiderstangen jetzt gerade, die habe ich dann davor gestellt, damit das Licht nicht so dahin fällt, vom Spiel alles aufs Dunkelste gemacht, dann war das auch okay für ihn, also er ist dann nicht so empfindlich, aber, ähm, je nachdem wie lange ich dann auch schlafe, ist es halt schon so ein bisschen aneinander vorbei, leben manchmal, also da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass das so ein bisschen belastend ist, aber jetzt seit kurzem versuche ich spätestens um zwei Uhr wirklich auch schlafen zu gehen und dadurch, ja, wird das so ein bisschen besser, sag ich mal, aber an für sich, ich weiß nicht, jeder hat halt so seinen Alltag und da, wo wir immer zusammentreffen, ähm, ist dann alles nice so, also, ja, weiß nicht, wie ich das erklären soll, ähm, ähm, ja, ach so, also ja, dementsprechend, er hat einen anderen Schlafordnuss, ähm, aber er ist auch sehr kompromissbereit und nimmt oft auch in Kauf, dann wie jetzt zum Beispiel, gerade, ich drehe jetzt schon seit über einer Stunde und er müsste jetzt um halb eins eigentlich duschen, um dann jetzt gleich zu schlafen, aber, ähm, ja, das, ähm, also wir gehen dann mal so ein bisschen aufeinander zu, weil vorhin eben, wo ich eigentlich drehen wollte, wollte er dann essen und dann hat er gekocht und so, er hat gekocht, oder ich nicht, ähm, ja, es ist halt immer so ein, so ein Aufeinander abstimmen, genau, hey, du Liebe, hörst du Asen mehr nur, um zu entspannen oder auch zum Einschlafen, liebe Grüße, ähm, ich höre das auch manchmal tagsüber, nur um abzuschalten oder wenn ich gerade am PC mit irgendwas mache, ist dann immer ein bisschen kritisch, weil ich dann halt schnell diesen, die, Düssel, 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 Düsselmusus, Komma, aber ansonsten höre ich das, äh, höre ich das, ich mache direkt Handy zur Seite, ich gucke mir da gar nichts an, ähm, mache ich das dann einfach an und lege mich im Schlafen mit meinen AirPods und, ja, im Bestfall habe ich höchstens zehn Minuten zugehört und dann weiß ich schon nicht mehr, was war, aber das hilft mir wirklich sehr, ähm, manchmal gucke ich auch, also da muss ich dann zugucken, wenn mein Kopf extrem aktiv ist, dann gucke ich mir immer, ähm, Fast and Aggressive Videos an, weil dieser schnellen Triggerwechsel und, ähm, fädeln, visualisierende Änderungen, visualisierende Änderungen, die visuell sind, lol, das hilft mir dann, mich wirklich nur darauf zu konzentrieren und schalte mein Kopf praktisch aus, aber das könnte ich jetzt niemals zum Einschlafen hören, ja, also ich nutze das unterschiedlich, aber 90% zum Einschlafen, Was tust du, wenn es dir mal richtig schlecht geht? Das habe ich ja mit dem Traurigsein schon beantwortet, eben umräumen und duschen. Ähm, Wie hast du gemerkt, dass das Psychologiestudium nicht das richtige für dich ist? Bin so am Struggeln mit meinem Studium, gefällt mir eigentlich ganz gut, aber auch viel, was mich stört. Ja, also ich habe es ja jetzt nicht abgebrochen, weil mich die Inhalte nicht interessieren, ähm, sondern eher, weil ich eben gerade keine, so, Zukunftspläne habe und es mich, ähm, so diese Antriebslosigkeit, die allgemein halt in meinem Alltag herrscht, da so mit reingespielt hat, ähm, plus die Änderung mit dem, mit dem, dass man da dann auch keine Therapeutin mehr werden konnte. Ich hatte nie das Ziel, so wirklich Therapeutin zu werden, außer damals in der Schulzeit. Aber das war jetzt nicht der Grund, worauf ich das angefangen habe, aber irgendwie, als ich es dann erfahren habe, dass es jetzt nicht mehr geht, ähm, hat es mich noch mehr demotiviert, da weiterzumachen. Ähm, also ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, was du studierst, aber ich würde mir einfach vielleicht mal eine Pro- und Kontraliste so machen, ähm, was dir gefällt und was ihm nicht, um dann halt herauszufiltern, ob das, ähm, in einem anderen, also ob es jetzt so Punkte sind wie, ja, man muss zu viel lernen, oder sowas, so, was halt in einem anderen Studium auch der Fall wäre, oder ob es wirklich dir gerade um den Inhalt geht, von dem Studium und du merkst, dass es einfach für dich nicht das Richtige ist und aber was anderes irgendwie besser wäre, weil dann hat es irgendwie halt keinen Sinn, so, ich weiß nicht, ich bin auch, glaube ich, so lange da drinnen geblieben, obwohl ich schon wusste, dass es nicht so für mich gerade passt, zeitlich, und einfach die Situation war, ähm, ich bin da drinnen geblieben, wegen der Gesellschaft, so, weil ich halt Angst hatte vor diesem Zustand, der jetzt gerade ist, also dieses, ich gehe nicht arbeiten, ich mache kein Studium, ich mache keine Ausbildung, ähm, und trotzdem geht es mir nicht gut und ich bin, äh, nicht, ich bringe nicht jeden Tag ein Video raus, so mäßig, ähm, Angst vor dieser Verurteilung und auch dieses, ja, was nur Social Media und so, und, ähm, aber ich hoffe, also falls das auch bei dir der Grund ist, so ein bisschen, warum du es nicht abbrechen willst und Angst hast, wieder was Neues zu suchen, so, versuche ich dir klar zu machen, dass es dein Weg ist und, ähm, dass man auch fünfmal sein Studium wechseln kann und es einfach seine Zeit braucht, bis man was findet, wo man sagt, wow, aber man darf auch nicht vergessen, dass in jedem Studium einem nicht zu 100% alles gefallen wird, es werden immer Themen kommen, die mal nicht so nice sind oder phasen, wo es einfach anstrengender ist, zu lernen und man sich so richtig durchbeißen muss und man sich so denkt, boah, wofür mache ich das jetzt eigentlich, aber, ähm, also das kann man halt, also das wird bei jedem Studium so sein, das sollten dann keine Punkte sein, warum du es vielleicht abbrechst, ja, ich hab, ich weiß nicht, ich bin da keine so gute Ratgeber, und dann hab ich das Gefühl, wie bist du auf die Idee gekommen, ASMR zu machen? Hab ich vorhin schon erzählt, eben durch meinen Bruder bin ich auf ASMR gekommen, dann hab ich mal, ähm, also in der Phase sowieso sehr, sehr viel mit Acryl gemalt und dann hab ich mir irgendwann gedacht, wow, das klingt ja mega nice, wenn die Pinsel so mit der Farbe vermischt werden, nehm ich es einfach mal auf, so, hat sich das ergeben, ja. Wann hast du entdeckt, dass Pflanzen auch Lebewesen sind? Wann ging das mit den Pflanzen los? Ähm, dass sie Lebewesen sind, hab ich in Biologie, siebte Klasse, Spaß, was davor, ja, man lasst ja schon, aber irgendwo da, wo wir dann mal in diesen Petri, nicht Petrischalen, wie heißt denn diese kleinen Blister, wo man das dann drauflegt, mit so einem Wassertropfen, so, keine Ahnung, da wurde es mir klar, ähm, und so meine eigenen Pflanzen, sagt man da Affinität, ich weiß nicht, diese Sucht war es schon, ja, damals war es auf jeden Fall eine Sucht, also das ist ja das, was ich erzählte, aber ich habe immer wieder so Hobbys gehabt, wo ich dann auch all mein Geld reingesteckt habe, ähm, bei den Pflanzen ist halt jetzt nur so der Restbestand da, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass ich mir jede Woche Pflanzen kaufen muss, so war das am Anfang, ich habe auch wirklich hunderte Euro weggeschmissen, oder sind gestorben, ähm, das war 2018, glaube ich, ähm, ja, da hatte ich ja dann noch ein Instagram-Page, Pottyplanter, hießen die, hießen die, hießen die, und da war ich dann so richtig in dieser Pflanzenbubble, habe so richtig viele Leute, vielen Leuten gefolgt und mich ausgetauscht mit denen, aber, ja, das ist dann irgendwie, irgendwann hat es sich halt verflossen, ne, ich frage mich auch, ob das irgendwann mit Asmeer passiert, aber, ähm, ja, das ist 2018, glaube ich, gewesen, ja, und während der Pandemie kam mir dann, also da kam mir dann, die ganzen Kanäle, äh, Pflanzen, das heißt Kanäle, Pflanzen, Pages sind aus, aus der Erde gesprossen, lol, das war richtig insane, ähm, kann ich aber gut verstehen, sondern man benutzt das halt als, Coping-Mechanismus für irgendwas, und, ja, die, die haben mir immer gut Dopamin gegeben, die neuen Pflänzis, die ich dann gekauft habe. Wie bist du da drauf gekommen, Asmeerwildos zu gucken? So, ich bin ein Bruder. Welche ist deine Lieblings-Fastfood-Kette in Deutschland? Ich würde sagen Burger King, durch jetzt eben den hier veganen Sortiment. Was ist dein Lieblings-Fastfood-Gericht? Gericht. Das meint er, ich bieten die keine Gerichte an, aber, äh, ja, was ist dein Lieblings-Fastfood-Burger? Also, das ist irgendwie für mich das Gleiche dann, also, der Vegan-Long-Chicken. Ja, das ist mein Favorite-Burger. Wie findest du Five Guys? Ich war da das erste Mal, und auch das letzte Mal, mit Yves zusammen drin. Ich finde, das ist so schrecklich eingerichtet. Dieses, äh, weiß-rote, kalte Fliesen-Look, wie in der U-Bahn, ist so unangenehm, finde ich, zum Essen. Ähm, ähm, aber ich fand die wie Pommes mega nice. Die sind ja mit, ähm, mit diesem Erdnussöl, und das fand ich richtig nice. Es war lecker. Aber irgendwann wird einem schnell übel davon, finde ich so dieses Peanut-Zeugs. Immer kritisch bei mir. Das habe ich euch ja schon in einem Video erzählt, wegen dem Peanut Butter Cup, wo ich mich mal überfressen habe, wo das mein Lieblings-Essen war. und ich gefühlt täglich diese Peanut Butter Cups essen musste und dachte, ciao, esse ich nie wieder. Wie oft hörst du ASMR? Ähm, die Frage mit dem Schlafen, da hat das ja schon ein bisschen mit drin gehabt. Ähm, also bis zum Einschlafen höre ich das ASMR. Ich höre es eigentlich täglich, so, dass ich mal wirklich eben nicht dazu komme, mir die Stöpsel da reinzustecken, weil ich so müde schon bin. Das passiert alle ein paar Monate mal. Von daher, Daily. Daily, Daily, Daily. Ja, was sind aktuell deine Hobbys? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Ähm, ich habe, ja, Sims aktuell so als Freizeitsfüller. Also, ja, wenn immer irgendwie ein Zeitfenster ist, wo ich nicht meiner Putzsucht nachgehe oder, ähm, ein Video drehe, weil irgendwie ist das ja auch Hobby und Beruf jetzt in einem. So, ich würde schon auch das ASMR als Hobby anbringen. Ähm, ja, und mit Ben et O zusammen einkaufen gehen, also, Lebensmittel einkaufen, nein, ich hasse das, Lebensmittel eins kaufen und dadurch, dass er kocht, macht er das immer. Aber ich mag es halt so, dabei zu sein. Ich fühle mich da ein bisschen so zurückversetzt in die Zeit, wo ich mit meinem Vater zum, ich mache ein Ben nicht zu meinem Vater, bitte kommen wir hier nicht mit irgendwelchen Komplexen. Ähm, aber es erinnert mich immer an die Zeit, wo ich mit meinem Vater immer am Samstag, meine Mama war zu Hause, hat Großputz gemacht und unsere ganzen, unsere Restfamilie, also meine Brüder, weiß nicht, ob mein Ende der Bruder da schon geboren war. Also da sind wir immer in eine nächstgrößere Stadt gefahren, in so eine Art Real, also damals hieß das irgendwie nicht real, aber es war riesig auf jeden Fall. Und dieses Feeling dann so, man kann sich so Sachen aussuchen und so und dabei der Grundeinkauf wird von der, von meinem Vater halt erledigt und so ist das dann immer, wenn wir zusammen einkaufen gehen. Ich kann mir so die Süßigkeiten aussuchen und so und Ben sorgt dafür, dass sie dann versorgt werden mit der Grundnahrung. Ja, irgendwie so, das liebe ich. Und würde das irgendwie so geil, als ob ihr halt einschufen könnt. Das ist halt so Freizeit, ne? Ich habe oft das Gefühl, ich habe keine so wirkliche Freizeit, die ich mir nehme, weil einfach jeden Tag so unvorhersehbare Sachen passieren. Ob ich mich dann in Sachen verrenne oder eben in diesem Putzwaren auch da Stunden drauf gehen und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend und weiß ich auch nicht, wie ich das, ja, wie ich das hier so rausbekomme. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ja, das sind so meine Hobbys. Wie groß bist du und Lieblingsessen? Lieblingsessen habe ich auch schon erklärt. Und wie groß ich bin? Boah, jetzt kommt wieder die Frage. Ich vergesse das jedes Mal. Ich glaube 1,68. Wenn man im Ausweis steht. Was steht da? 64? 65? Oh mein Gott. Also irgendwo da. Unter 1,70 auf jeden Fall. Lieblingsstrigger beziehungsweise Hass-Trigger. Mein Lieblingsstrigger ist immer irgendwas mit dem Haar. Also so da durchfahren, die Bürsten oder so graulen mit Whispering. Bei mir muss wirklich immer, immer Whispering dabei sein. Ich hasse No-Talking-Videos. Und, ähm, ja, das muss immer dabei sein. Und Tapping. Tapping, Tapping ist in allen Arten schnell, langsam. Ich lieb's. Tapping ist einfach nice. Obwohl auf Holz mag ich das manchmal nicht so sehr. Und auf so sehr hohlen Gegenständen. Ich mag das eher, wenn das Tapping dumpf ist. Aber basically mag ich es auch bei dem anderen. Und Hass-Trigger ist auf jeden Fall Mike Scratching ohne Cover. Ich, ich dreh da komplett frei. Selbst so ich das, wenn ich das selber machen muss, ist ja, Mouth Sounds finde ich ja auch anders unangenehm. Aber wenn ich die halt selber mache, juckt mich das nicht so. Aber wenn ich das Mike Scratching ohne Cover selber machen muss, muss ich mich auch so hart zusammenreißen. Ich das einfach unwassbar unangenehm finde. Und Glas Tapping. Okay. Das habe ich vergessen, Leute. Das mag ich wirklich nicht. Ähm, also mag ich Tapping wohl doch nicht im Allgemeinen. Ja. Es ist aber for real auch so, dass ich manchmal diese Hass-Trigger höre bei jemandem. Und gerade in dem Moment ist es dann doch irgendwie nice. Ähm, ich habe jetzt gerade ein ASMR-Video von ASMR-Anja angeschaut, wo sie auch Fast & Aggressive macht. Und hat sie so an der Kamera gemacht mit dem Mouth Sounds ein bisschen dazu. Aber auch Dry Mouth Sounds dazu. Und das war irgendwie, es hat mich gecatcht. Ich hatte kurze Tingles. Und das hätte ich halt nie als erwartet. Deswegen, ich kann es glaube ich nicht so kategorisch komplett ausschließen. aber, ja, dieses Glas, Glas ist immer so schrill und ja, also, Scratching Mouth Sounds und Glas mag ich gar nicht. Willst du eigentlich irgendwann mal Tattos haben? Wenn ja, was und wo? Nein. Ich weiß einfach, dass ich zu wechselhaft bin. Ähm, und dass das dann eine Sache wäre, die ich nicht lange an mir mag. Also, ich weiß nicht, ich habe früher immer so den Mond, ähm, in Betracht gezogen, mir irgendwo hin zu tätowieren. Aber, mittlerweile auch das nicht mehr. ähm, ich finde das bei anderen mega nice. Und meine Freundin, also Annika, sticht sich auch richtig viel selber und ich fühle auch diesen, diesen Vibe von ich habe es halt in dem Moment dann gewollt und dann gehört das, dieser Moment gehört dann irgendwie zu mir und zu meinem Körper und das ist dann voll fein. Aber, weil bei mir immer so dieses ganz oder gar nicht ist, ähm, in allen Bereichen. Also, entweder mag ich was richtig hart oder richtig gar nicht. Und, das wechselt halt auch oft leider dann schnell und wenn ich dann das bei einem Tattoo hätte und das dann so an meinem Körper ist und ich das jeden Tag ansehen müsste, das würde ich nicht ertragen. Deswegen, ja, fände ich es cool, wenn man sich so selbst eigene Tattoos als Sticker für den Körper so drauf machen kann und wieder abziehen, weil es gibt ja schon so vorgefertigte, aber ich fände es cool, wenn man das halt selber machen könnte, das würde ich dann safe tragen, so für eine Woche. Aber länger wird es mir dann auch nicht gefallen und, ähm, ja, finde mal ein zeitloses, ähm, Motiv in so einer schnelllebigen Welt und dann auch noch was, was irgendwie persönlich zu einem passt und ich weiß nicht, das ist einfach gar nicht meins. Ich finde es ultra hot, ultra hot an anderen. Egal, ob es männlich oder weiblich ist, es hat einfach so einen coolen Vibe. aber an mir selber leider ziehe ich nicht in Betracht und ich wüsste jetzt auch keine Stelle so, ähm, die ich dann auswählen würde. Ja. Lieblings Awesome Air Artist. Frag mich nicht, warum ich ganz ehrlich so rrrr mache. Ähm, hab ich nicht. Das ist auch genau wie alles andere immer wechselnd. Ähm, ja, ich suchte das eigentlich genau wie bei anderen Sachen auch immer so komplett durch. Ähm, zum Beispiel Dori, die ich ja am Anfang nur angeschaut habe, schaue ich jetzt fast gar nicht mehr. Ähm, weil ich mittlerweile mehr so diese persönlichen Videos mag, wo Leute von sich erzählen und Trigger machen. Und Dori ist ja eher so die Roadplay Queen, ähm, zusammen mit Lady Asen, ja. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, jetzt gerade, ähm, schaue ich meistens Milas Awesome Air World, weil sie halt so viele tolle Sachen zu erzählen hat und immer so 40, 50 Minuten Videos. Ähm, ich mag sehr gerne vor allem die Softspokenstimme von Sleepy Moon ASMR. Ich muss jetzt ihm alles durchgehen. Ähm, ja, My Favorite ASMR genauso, erzählt auch immer gute Sachen von sich. Innies ASMR Spa Candlelight ASMR, Junge, da hatte ich auch eine richtig kranke Phase, wo ich alles durchgesucht und habe auch richtig, richtig alte Videos. Ist aber auch wieder eher abgeflacht. Ich mag ASMR Anja, ähm, sind wir noch? Ach, ja, ASMR Nala, da liebe ich die Taste Tests. Ich mochte auch Juni Bär. Jetzt geht sie leider von uns. Ich verstehe es aber vollkommen. Ich hatte auch schon kommentiert. Ähm, ja, es sind hier noch mehrere, so, jetzt blitzschau ich fast gar nicht mehr leider, aber es ist einfach so, ich kann da nichts Konkretes sagen, weil es sich immer wieder ähm, verändert. Genau. Hast du lieber lange oder kurze Nägel? Das ist genau so wie bei den anderen Themen. Es ist, es hat immer so gewechselt. Und wie viel hat es täglich gewechselt, weil manchmal habe ich euch ja gesagt, ja, morgen mache ich die und die Nägel und dann wird es das komplette Gegenteil. Es ist einfach, ich stehe auf und ich weiß nicht, was auf mich zukommt, was für Entscheidungen ich heute treffe oder was ich heute gut finde oder was nicht. Äh, es ist legit, so. Ähm, ich bin so wechselhaft und, ähm, das muss ich echt als Charaktereigenschaft eigentlich noch hinzufügen, so wechselhaft und widersprüchlich auf allen Ebenen. Ja, ähm, also jetzt gerade feiere ich, wie man sieht, kurze Nägel extrem, auch meine Naturnägel wieder. Ich freue mich aber trotzdem auf die Press on Nails, die sehr lang sein werden wieder. Ähm, aber das wird halt eben der Key sein. Ich kann dann kurz und lang tragen und selbst daily entscheiden, weil das war manchmal richtig belastend. Da hatte ich eine Woche die Nägel machen lassen und dann haben sie mir nicht mehr gefallen. Deswegen hatte ich auch nie krasse Designs oder so, weil ich einfach wusste, ich mag das zwei, drei Tage und dann gar nicht mehr. Und jetzt eben mit den Press Ons, wo ich die dann ablegen kann, wenn ich es nicht mag, ist einfach, glaube ich, für mich die beste Lösung jetzt. Ich bin sehr gespannt, ob das gut klappt, mit immer nur fürs Video oder so dran machen, weil ich habe das Gefühl, dass es nicht so, nicht so gut ist, die dann immer direkt wieder abzumachen. Mal sehen. Trägst du gerne Kuschelsocken? Ähm, das kommt drauf an, was für ein Material das ist. Ähm, und auch dann nur über noch normalen Socken, also die, wenn ich Baumwollsocken trage, ich hasse das Gefühl von diesem, was ist denn das für Material? So dieses ganz flauschig-weichige, was aber sich auch auflädt, weil da, glaube ich, Plastik mit drin ist. Ähm, das könnte ich niemals auf meine Füße machen, weil ich das so unangenehm finde, aber es ist schon nice, im Winter, ähm, so warme Füße zu haben halt. Aber ich trage eigentlich meistens Hausschuhe, also meine Crocs, und dadurch bin ich dann schon zufrieden. Ich kann sowieso nicht ohne Hausschuhe irgendwas sein, egal wo, also, ich hab die auch schon manchmal auf einer Hausparty oder so mitgenommen, aber wenn man die Schuhe halt ausziehen muss, weil ich das nicht ertrage, den Boden zu berühren, schaff ich nicht. Ja, aber Kuschelsocken ist jetzt nicht so ein Must-Have. Ja, ich bin da nicht so fanatisch, ich hab auch nicht viele, also, ich hab eigentlich nur welche, weil ich mal was für meine Haare gekauft habe, und ansonsten mag ich eben gerne so dicke Socken, aber es müssen keine Kuschelsocken sein. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe drei Geschwister, ich hab eine Schwester, die ist jetzt elf geworden im Oktober, und ich hab zwei Brüder, die sind, ja, wie alt sind sie denn? Ich weiß selber nicht mal, manchmal wie alt ich bin, das ist ab 20, so hab ich komplett alles aufgehört zu zählen gefühlt. Ich glaub, der eine ist jetzt, na, der wird im Februar, glaub ich, 19. Jaja, doch, doch. Und, ähm, der andere ist 21, glaub ich. Ich glaub, der wird dieses Jahr. Wird der 22? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Krank. Ja, Lieblingsessen hatten wir schon, wie viele das wissen wollen, ey. Machst du viel Sport? Nope. Ähm, ich hatte mal eine Phase, äh, das war auch eins von meinen Hobbys, was ich dann so exzessiv gemacht habe. Da hab ich wirklich, ähm, bin ich manchmal um 6, 7 Uhr morgens aufgestanden, um meine Workouts, äh, zu vollziehen, um sie dann später auch nochmal zu machen und nochmal kurz zum Schlafen gehen. Das war geisteskrank, und dann bin ich auch irgendwann ins Gym. Ähm, und hab da übertrieben. Ich hatte jetzt nicht so einen krassen Plan oder so, um mich, um irgendwie mich zu definieren oder so, sondern es war wirklich einfach nur dieses, ich muss da hin, ich muss das und das machen und so, dieses, ja, es war halt einfach nur wie, sag ich mal, wo ich, ähm, dann aber auch leider ein bisschen abgedriftet bin bei der Ernährung. muss ich, das gehe ich jetzt nicht näher drauf an, das war einfach nicht mehr gesund. Ähm, aber jetzt aktuell so, ich, äh, versuche das immer mal wieder einzuintegrieren, dann schaffe ich das ein paar Tage und dann mache ich wieder wochenlang nichts, dann mache ich wieder was, also, da ist nichts mit viel Sport, ähm, aber ich laufe sehr viel. dadurch, dass ich ständig von irgendwo Pakete holen muss, weil statt die mal klingeln verteilen, die das in den unterschiedlichsten Paketstationen, ähm, da muss ich auch gut und gern mal eine Stunde Fußweg, ähm, hinter mich legen, hinter mich bringen, ähm, weil ich ja kein Auto habe und, ja, aber so, wirklich jetzt Fitness, Training und so, nee, nee, ist aktuell nicht da. Dann, was verdienst du so grob mit solchen Videos im besten und schlechten Monaten? Ähm, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schwierig zu beantworten, weil da Leute ja immer so klare Zahlen sehen wollen, die man übrigens auch googeln kann. Es gibt immer so auf einer Website Schätzungen für jeden Kanal, falls ihr das nicht wusstet. Ähm, aber dadurch, dass halt, also ich erkläre euch das mal kurz, ähm, es gibt natürlich eine Summe immer am Ende, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so Leute glauben, dass es so pro Klick und so geht. Natürlich spielt das mit eine Rolle, aber seit es YouTube Premium gibt, wird da dann, ähm, das so ausgezahlt nach Watchtime. Also die Leute, die einen Premium-Account haben, die dann von mir zum Beispiel so die Traumreisen-Videos oder das Q&A von letztem Mal, einfach nur, weil das halt zwei Stunden geht und so eine hohe Watchtime hat von Premium-Nutzern, ähm, wirft das zum Beispiel, obwohl es weniger Klicks hat, als ein Maufsons-Video mit, äh, 100k Klicks, wirft das mehr ab, als das Video. Also das erstmal so im Voraus, dass man nie sagen kann, mehr Klicks gleich mehr Geld und, ähm, ja, dann eben ist der CPM ja auch gefühlt jeden Monat komplett anders, ähm, vor allem jetzt gerade ist der Drop von Dezember auf Januar, das ist immer das krasseste, das ist richtig schlimm, also im wenigen Sinne. Aber ich würde jetzt sagen, dass es so seit, ja, seit drei, vier Monaten bin ich immer so im vier, fünfhundert Euro Bereich, aber das geht gerade sehr, sehr stark nach unten eben, weil der Januar als Monat sehr, sehr schlecht läuft, wegen dem CPM, weil halt die ganzen Weihnachtswärmungen und so weg ist. Aber, ja, ähm, das ist so der, ist der Spielraum, also, es bleibt immer relativ ähnlich, eben dadurch, dass es so unterschiedlich läuft und dass auch Videos mit wenig Klicks manchmal mehr abwerfen, als welche mit vielen Klicks, ja. Aber ich bin ehrlich traurig, sage ich euch, wie es ist, dass man als ASMR-Tist so wenig Werbung setzen kann, weil ich halt einfach mal mindestens das Doppelte verdienen würde, wenn ich kein ASMR-Content machen würde, aber dann würde ich wahrscheinlich mal nicht so viele Klicks bekommen. Ähm, ja, das denke ich mir immer, dass es richtig reinsackt sich dann nur in der ersten Minute irgendwie was platziere und wisst ihr, was noch eins sagt? Dass ich so wenig Trigger gemacht habe, aber ich habe es schon prognostiziert, wie, wie ich erwartet habe. Wie ich gesagt habe, ich kann nicht mehr reden. Ja, das drehen wir auch schon seit zwei Stunden. Ich bin gespannt, wie viel weggekratzt wird und, ähm, ja, habe anders, als wir jetzt zum Flüstern, ich hoffe, ich habe alles zu eure Zufriedenheit beantwortet und, ähm, ja, ist halt bisher gekommen. Ich glaube, die meisten schlafen schon ein oder driften irgendwie ab. Ja. Ganz kurz hier ein bisschen Tapping. Ich danke euch auf jeden Fall für all die Fragen und, dass ihr so Interesse eben auch an mir persönlich habt. Ähm, ja, ansonsten, es wird safe irgendwann wieder ein Q&A geben, also, falls ihr es verpasst habt, dass, äh, ich das gepostet hatte, weil irgendwie sehr viele sehen das immer nicht und ich habe es ja nicht so in Videos angekündigt oder so. Äh, ja, dann könnt ihr da dann irgendwann auch Fragen stellen. Aber ich denke auch, dass dann sich einfach wieder die Fragen wiederholen, so halt immer wieder neue Leute dazu kommen und das alte Q&A nicht angeguckt haben. Ja. Danke, 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 dass ich, dass ich das gerade machen kann, also durch euch. Ähm, das ist immer wieder eine krasse Realisation, so, dass es möglich ist. Ähm, und ich hoffe, dass es auch jetzt dieses Jahr gut wegauf geht. Ja, muss noch ein bisschen mehr bei Twitch reinhasseln und dann, weiß ich nicht, was da rauskommt und TikTok muss ich echt mal wieder aufnehmen und oder ernster nehmen. Ja. Ja, wir können gut schlafen und habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video und dann bis ganz bald. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.